Vor vier Wochen hieß es, die Schutzmasken bringen gar nichts. Vor zwei Wochen hieß es, die bringen ein bisschen was. Und jetzt sagt die Regierung, ab heute, ab dem 27. der vergangenen Woche war, wir müssen alle Mundschutz tragen. Ja, was kommt als nächstes? Was sagt die Regierung? Müssen wir grüne Hütte tragen? Schützen die grüne Hütte auch, genauso wie die Mundschutzmasken? Ich bin Physiotherapeut in der Lungenfachklinik. Gut zuhören. Gut zuhören. Unser Haus ist leer. Es wurde freigehalten für Corona-Patienten. Ich bin in Kurzarbeit. Wie kann sowas sein? Wo sind die Corona-Patienten? Für die, die Betten bei uns freigelassen wurden, sind zur Behandlung. Wo sind die? Wir haben aktuell sieben Patienten. Sieben Patienten, Zustand nach Corona, Zustand nach Covid-19. Wenn mir ein Patient erzählt, dass sein Wettnachbar verstorben ist und den Angehörigen Geld geboten wird, 5000 Euro, dass die unterschreiben, dass er an Covid-19 verstorben ist, da hört's auf! Alle, die jetzt nicht hier sind, die zu Hause sitzen, vor dem Fernseher, lassen sich weiter manipulieren. Und das ist das, woraus rauslaufen soll. Niemand soll arbeiten, jeder sitzt vor dem Fernseher, lässt sich siebenmal am Tag manipulieren, dass Covid-19 Corona tödlich ist und gefährlicher sein soll, als irgendein anderer Bullshit-Virus, den wir jedes Jahr haben! Vielen Dank!